Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, wir starten mal ein bisschen anders und zwar will ich erstmal ein bisschen so auf die News-Lage angehen, bevor wir uns die Charts ein bisschen genauer angucken. Ihr habt es alle mitbekommen oder ich habe es gestern versucht nochmal eine relativ zeitnahe Warnung rauszugeben an alle. USDC bzw. Circle hatte Einlagen bei der Silicon Valley Bank, ist mittlerweile auch bestätigt in Höhe von 3,3 Milliarden. Das hat wiederum dazu geführt, dass der USDC-Kurs deutlich, deutlich eingebrochen ist. Wir hatten zwischenzeitlich mal noch die 0,97, mittlerweile sind wir bei 0,88 US-Dollar Cent. Normalerweise soll das bei einem Dollar liegen. Ich habe gestern, deswegen habe ich gestern nochmal so ein kleines Announcement in der Gruppe gemacht, dass ich gestern alles in USDT bzw. nochmal in Euro geswappt habe auf Kraken, bevor das alles nochmal richtig bekannt wurde. Das heißt, ich bin hier noch ohne Plus Minus, sage ich mal, rausgekommen. Momentan, wie gesagt, 50% stable in USDT und 50% in Euro. Also lieber jetzt mal ein bisschen Risk rausnehmen. Bitcoin hat das zwar erstmal gar nicht gejuckt, aber ihr seht die Newslage, es geht schon viel, sage ich mal, um dieses ganze Circle-Thema, um diese Silicon Valley Bank. Alle Banken traden absolute Minus und so. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo die Fed meines Erachtens nach gezwungen ist, mittlerweile zu handeln. Banken sterben, wir hatten das damals 2008 bei Lehman Brothers. Wir haben auch schon mal in manchen Videos drüber gesprochen. Immobilienblase könnte auch dadurch wiederum am Platzen sein, sollten jetzt Banken wiederum das nicht zahlen können. Also es ist ein riesengroßer Shit momentan einfach am Laufen, was natürlich auch extrem die Märkte beeinflusst. Deswegen gestern nochmal kurzfristig die Warnung. Ich hoffe da draußen, dass viele nochmal ihre USDC erstmal swappen konnten. Ich meine, sie sind mittlerweile wieder dran und versuchen das wieder zu packen. Also halt wieder auf einen Dollar zu bekommen. Trotzdem lieber momentan ein bisschen mal raus aus Stablecoin. Wer weiß was noch mit USDT wieder, ob da irgendein FUD kommt oder sowas. ZZ hat auch schon wieder getweetet. Elon Musk hat getweetet und hat hier gemeint, ja, es sollte die SVB, also die Silicon Valley Bank kaufen. I'm open to the idea. Währenddessen sind die ganzen Aktienmärkte bzw. die ganzen Bankenmärkte komplett unter Druck geraten. Ist zwar jetzt mal ein bisschen ein anderer Beginn. Ich hoffe nur, ihr konntet noch, wie gesagt, rechtzeitig swappen aus dem ganzen Mist raus und habt jetzt nicht zu große Verluste gemacht. Wir können uns das gerade mal charttechnisch ein bisschen angucken. Klar, wer jetzt USDC in Bitcoin gekauft hat, da handelt Bitcoin momentan bei 22.600 US-Dollar. Aber trotzdem, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck von der ganzen Sache. Aber wie gesagt, momentan sollte man da einfach ein bisschen raus. Wir waren hier zwischenzeitlich bei 0,89. Bei Bitstern waren wir sogar noch tiefer. Aber das würde ich jetzt mal nicht zu ernst nehmen einfach. Aber ihr seht, da ist ordentlich Druck unten drunter. Auch bei Kraken 0,89. Wir waren hier in der Spitze bei sogar 0,87 US-Dollar Cent. Schauen wir mal, oder wir können nur hoffen, für viele, die in USDC momentan einfach noch drin sind, dass sich das wieder im Laufe der nächsten Tage auf jeden Fall regelt. Es gibt ja schon ein Schutzprogramm, da haben wir gestern, glaube ich, auch mal ganz kurz in der Telegram-Gruppe drüber gesprochen, dass es so ein kleines Schutzprogramm hier geben soll, dass die USA übernehmen das Kriseln der Geldhaus und alle, die mit mehr als 250.000 Einlagen da drin sind, sollen anscheinend gerettet werden. Also es gibt noch Hoffnung für die ganzen USDCler da draußen und ich hoffe ganz ehrlich auch, dass es dann wirklich auch so kommt. Gut, und damit würde ich auch sagen, gehen wir jetzt direkt rein in die Chart-Analyse. Das war mir jetzt einfach nur nochmal wichtig zu sagen, um jetzt hier nicht mit Euphorie oder sonstigen hier um die Ecke zu kommen, weil es echt ein ernstes Thema ist. Bitcoin traded momentan bei ungefähr 19.900 US-Dollar. Wir hatten heute Nacht nochmal so einen kleinen Peak in Richtung 20.700 US-Dollar, der sofort wieder abverkauft wurde. Es kam ein bisschen Volumen rein, hat aber leider nicht für einen exorbitanten Pump oder zumindest mal das Reversal, von dem ich immer noch ein bisschen eher ausgehe, dass wir nochmal Richtung 21.000, 21.500 US-Dollar gehen. Ist leider noch nicht eingetreten. Ich habe gestern noch ein Signal in die Gruppe gepostet, dass wir hier bei 19.370 US-Dollar ist mein erster Long jetzt erst einmal geplant, hat einfach den Hintergrund, wenn wir darüber zum Binance-Chart gehen, weil das ist momentan den, auf den ich ein bisschen mehr einfach zähle, haben wir hier einerseits noch so ein Gap, also so ein kleines Void zu füllen in diesem Bereich und wenn wir uns jetzt noch die Pivots dazu machen, warte, ich mache euch das ganz kurz mal an, dann haben wir eben hier auch nochmal so einen kleinen Pivot-Point und das Golden Pocket, was hier eben auch nochmal ein bisschen als Unterstützung kommt. Golden Pocket, nur nochmal für alle, die gestern nicht das Video gesehen haben, ist einfach dieser Bereich von unserem riesigen Abverkauf von 15.400 US-Dollar bis hoch jetzt zu unserem Pump bei 25.200 US-Dollar. Dieser ganze Bereich hier ist das Golden Pocket von 19.2 bis 18.9 und darunter liegt dann der Stop Loss, das habe ich gestern mal in die Gruppe announced. Sonst momentan, muss man ganz ehrlich so sagen, es ist zwar momentan wirklich scheiße, was abläuft, muss man ganz ehrlich so sagen, aber es könnte einerseits ein Step in CBDC sein, sorry, wenn ich jetzt wieder ein bisschen ausweichlich werde, es könnte ein Weg zu Bitcoin sein, Bitcoin hat immer offen, Bitcoin ist keine Bank oder Sonstiges, klar, es sind viele Investoren dahinter, trotzdem könnte das auch längerfristig, um das jetzt einfach mal so zu sagen, auch positiv für Krypto wiederum sein. Also da ist jetzt nur mal so ein bisschen so ein weiterer Gedanke, man sollte das jetzt vielleicht auch nicht zu weit spielen oder zu positiv jetzt momentan das mal darstellen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die sich möglicherweise lohnt auszuspielen. So, wie gesagt, es kommt jetzt erst einmal darauf an, dass wir uns hier noch ein bisschen stabilisieren können, jetzt über das Wochenende, dass wir vielleicht nochmal ein tieferes Tief bis 19.3 sehen. Das sehe ich auch momentan, zumindest nach hitzigen Stand mit dem ganzen USDC und was weiß ich FUD da draußen, wobei es ja kein wirklicher FUD mehr ist, aber trotzdem. Dann nochmal hier hoch, eben dieses Void hier oben nach oben hin antesten bei den 21.2 bis 21.500 US-Dollar und hier oben wird sich entscheiden. Kommt hier oben Power rein und wir können diesen Bereich hier wieder bestätigen, können wir immer noch nach oben ballern. Das wird sich jetzt die nächsten Tage, wie gesagt, entscheiden. Und das Ganze, was jetzt hier im Hintergrund momentan abläuft mit den Banken, mit gestern den Non-Farm-Payrolls, mit sonstigen Shit, der da draußen momentan einfach läuft, spielt uns, es klingt wirklich makaber, aber es spielt uns eher in die Karten als irgendeinem anderen Coin momentan. Ich rede jetzt einfach nur von Bitcoin. Es spielt mehr in die Karten, weil die FED meines Erachtens gezwungen ist und das hat Furkan gestern, glaube ich, auch nochmal irgendwo geschrieben, aber ich glaube, ich finde es jetzt nicht mehr auf die Schnelle. Könnt ihr selber mal gucken. Weil die FED gezwungen ist, wahrscheinlich die Zinsen nicht mehr so stark zu erhöhen. Hier sieht man es auch. Anleitung, wie man Banken zerstört, Nullzinspolitik, Gelddrucken ohne Enken, Banken müssen für Renditen in Anleihen, Inflation steigt, Zinsen so schnell anheben wie noch nie, Anleihen werden verkauft, Banken stehen unter Wasser und die Banken gehen pleite. Also, da ist schon viel Wahrheit hinter und ich finde die FED, oder ich glaube, die FED muss einfach handeln. Nur mal so mein Gedankengang, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen ausschweife wieder, aber das könnten jetzt sehr, sehr entscheidende Wochen, nicht nur für Krypto, sondern auch für die FED werden. Gut, das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan, sollten wir jetzt hier natürlich drunter brechen und hier oben bei maximal 21.500 US-Dollar ausschweifen und hier zurückgewiesen werden. Ganz ehrlich, wir haben immer noch Kaufbereiche und da switche ich jetzt wieder runter zum, ich sage jetzt mal, Bing X-Chart, dass wir immer noch Kaufbereiche hier unten bei den 11 bis 13k nach momentanem Stand einfach haben. Und ich habe gesagt, ich werde die nicht rauslöschen, ich weiß jetzt nicht, warum die hier erstmal draußen sind, weil der Chart gerade ein bisschen leckt einfach, ist aber Wurst. Wir haben gesagt, diese Kaufbereiche werden wir erstmal mal drin lassen und die stehen weiterhin. Ich gehe zwar jetzt nach momentanem Stand, jetzt erstmal nicht davon aus, dass wir hier in diese grüne Box hier runterfallen, aber das Risiko ist da, ich werde momentan, und das habe ich gestern auch schon announced, keine Bitcoin oder sonstigen Kryptos momentan kaufen. Ich bleibe jetzt erstmal, wie gesagt, in Stable oder Euro jetzt erstmal, ein bisschen Sicherheit nehmen. Wir haben genug gekauft, wir sind immer noch nicht bei den Lows, die wir vor ein paar Monaten hatten, das muss auch allen bewusst sein da draußen und jetzt nicht ins fallende Messer greifen. Lasst das Ganze jetzt erstmal ein bisschen stabilisieren und dann sehen wir einfach weiter. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch rüber ganz kurz zu Ethereum. Sorry, wenn Video ist heute, ihr merkt selber, es betrifft mich für die Leute da draußen, die einfach immer noch in USDC sind oder sonstigen oder ganzen Krypto-Ding, dass ich heute einfach nicht so diese seriöse, sag ich mal, Analyse machen kann, wie sonst immer. So, Ethereum ein bisschen stärker, wir sind hier sogar an der Spitze bis auf 1470 US-Dollar hochgekommen. Hier gehe ich aber ganz ehrlich auch nochmal von einem größeren Verfall aus, dass wir einfach nochmal ein bisschen weiter tiefer traden könnten und da ist immer noch dieser Bereich hier, 1364 bis 1307, da haben wir gestern drüber gesprochen, wo wir zwei Entries möglicherweise dann drin haben. Hier unten liegt unser Golden Pocket. Also ich sehe nochmal einen kleineren Abverkauf, aber hier unten dieses Level muss dann auch halten. Das ist ganz, ganz wichtig, bricht dieses Level, dann sehe ich Ethereum wahrscheinlich auch erst wieder irgendwo in diesem Bereich bei 1000 Dollar, wo wir damals unseren Einstieg haben. Das heißt, jeder, der mich jetzt hier verfolgt oder immer auch die Altcoin-Videos anguckt, wir sind momentan noch nicht wirklich unter Druck. Ethereum bei 1000 gekauft, viele Altcoins sind immer noch teilweise 50% im Plus, wo wir uns erstmal keine Gedanken machen müssen. Das heißt, ihr habt Zeit momentan, das erstmal noch ein bisschen auszusitzen, zu beobachten und sowas und jetzt nicht in Panik zu verfallen, scheiße, ich habe jetzt am Top gekauft. Nein, wir haben nicht am Top gekauft, wir haben versucht, richtige Ranges zu finden oder immer wieder mit DCA reinzugehen und momentan heißt es einfach mal, lasst es sacken, wer wirklich Panik schiebt, verkauft lieber jetzt den Profit oder sowas, aber no financial advice by the way oder sonstiges. Aber wir haben jetzt erstmal, sag ich mal, keinen Druck hier irgendwie, sag ich mal, komplett zu verkaufen oder sonst hier irgendwie Druck auszuüben. Wir warten jetzt oder ich persönlich warte jetzt erstmal ab, was wird jetzt passieren am 22. ist die Zinsentscheidung in 11 Tagen, werden wir später nochmal drüber sprechen im Wochenausblick. Also die nächsten Wochen werden, denke ich mal, sehr, sehr happig, könnten aber auch entscheidend werden für die nächsten Monate meines Erachtens nach. Aber wie gesagt, ich bin momentan jetzt in kein Trade, wir haben gestern mal ganz kurz Bitcoin mitgenommen, das habe ich in der Telegram Talk Gruppe mal announced, das war aber dann auch wieder risikobehaftet, deswegen habe ich es nicht für alle dann gemacht, weil, wie gesagt, momentan, ich nehme jetzt selber am Wochenende jetzt wahrscheinlich, ihr werdet keine Setups kriegen bis auf dieses eine, was ich jetzt reingestellt habe da gestern, aber ich werde jetzt auch erst mal Abstand nehmen, das ein bisschen sacken lassen, nichts überstürzen und dann schauen wir einfach nächste Woche, würde ich sagen, weiter, ich werde trotzdem natürlich jeden Tag Analysen machen, vielleicht ergibt sich ja doch nochmal ein Trade, aber momentan warten wir jetzt erst einmal ab, wie sich das alles jetzt ein bisschen ausgibt. Momentan, wie gesagt, Ethereum 1.414 US-Dollar, ich gehe nochmal von tieferen Tiefs bis 1.364 bis 1.305 aus und wenn diese Zone dann bricht, dann ist erstmal Game Over und wir könnten wirklich nochmal Richtung 1.000 US-Dollar fallen, aber soviel dann die nächsten Tage dazu, ich würde sagen, lasst es euch jetzt erstmal gut gehen, blickt vielleicht nicht zu viel auf die Charts und ja, wir hören uns dann später zum Wochenausblick wieder, ansonsten gerne Telegram-Gruppe, join, like da lassen, Abo da lassen und ja, das war es von mir, bis später, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crooked.